Dich werde ich in dieses Loch da unten schmeißen und dann in den Stein drauf. Oh, wie ich dieses Kind hasse. Da übrigt sich jedes Kommentar beim Garadus. Und was Garadus könnte nämlich auch, glaube ich, Drachenwut. Aber zum Glück ist Kiria schneller. Oh, wie seh, joh. Seh, joh. Seh, joh. Das sind nur Weiterentwickelte. Wieso? Wieso sind die Kinder so gut? Ich meine nicht mal, ich kann überall Weiterentwickelte fangen. Das ist einfach nur katastrophal. Eigentlich müsste ich ja fast mal wechseln, ey. Kiria hat Level 13. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Für meine kleine zerbrechliche Seele. Mir fällt jetzt erst der Name auf. Der heißt Wellington. Okay. Wellington. Du hast doch deine Drachenwut. Wir haben unsere Pokémon gerecht. Auch wenn er einen Garadus hatte. Garadus? Ja, mit Drachenwut. Ein Melzer, verstehe. Wow. Ja, da passt dieses Enteron. Was? Wie geil. Ja. Cool. Das ist geil. Mega gut. Enteron ist mega gut. Ähm. Ja. Warte mal. Du bist Kiria. Ich bin dran. Du bist dran, ja. Das ist nett. Ähm. Eeeh. Ich könnte hier einen Namen, den ich mir auf der Zunge liegt, geben. Du meinst, äh, Echna-Zo-N. Nein. Eduard. Das ist nicht aus einem Videospiel. Eeeh. Es ist männlich. Eeeh. Uuuuh. Emil. Eeeh. Mir fällt aber tatsächlich gerade kein anderer Name ein als Emil. Eeeh. Eeeh. Wie geht er mit E? Joa. Gute Frage, ne? Ähm. Und es muss ein Mann sein. Ähm. 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 Esser. Ja. Ja, ähm. Ja, ähm. Woobala. Ähm. Nicht Esser. Amasyn, Amasyn. 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 Amasyn, Amasyn. Amasyn. Staukel. Amasyn. 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 Amasyn, oh yeah. Amasyn, du bist dabei! Amasyn. Das ist unser Freund! Amasyn. So. es ist nichts nennenswertes passiert uns ist nicht etwa der speicherstand abgestürzt noch mal alles von heute nachmittag nach stehen nein nein dieses projekt ist verflucht aber hey wir haben enteron und nein geblendet ist immerhin etwas ja das ist ja auch nur das was wir wollten und dann ist alles schief gegangen heil meine pokémon jedoch eine kleine sache ist noch anders mit hat jetzt level 13 stadt knacksel ich werde aber jetzt nicht immer so eine erste stufe stellen sondern erst mal kirja was wir gehen ja noch gar nicht müssen wir erst mal zu thomas um die menschen für paul menschen girl power zu aktivieren ja genau damit der uns die arena eröffnet sozusagen los dann machen die thomas aber auch so jämmerliches hat die sich genau so wie bell bell hatte ja auch ein basic ja stimmt nur die anderen haben immer kein basic gut irgendwann hätte uns gegen semobs nichts gebracht ja ich möchte wechseln ich möchte dass in der runde ein paar punkte bekommen ja es müsste ja level 16 erlernen erst zur entwicklung oder erlerns auf level 10 schon teckel erlerns glaube ich gar nicht so ist kein aqua knarre das ist schon mal ganz geil aber ich will zerfetzen wow warum nicht acker knallen weil papa eine höhere spezialverteidigung hat nicht verschlucken nicht sterben muss das mikro nur kurz ausschalten weil babytaste gestorben ist und ich musste schnell verscharen jetzt dachte ich ich esse ganz heimlich heimlich essen ist halt ungesund wir kommen jetzt gott sei dank rein noch einmal schnell nachträglich heilen ich traue mich ehrlich gesagt nicht das enteron zuerst einzusetzen jetzt gucken wir erstmal was es ist und dann können wir ausloten ob es safe ist enteron einzusetzen nach folgenden pokémon ja hauptsache es ist keine drachenarena nein es ist ja eine feuerarena es könnte doch eine eisarena sein warte mal aber wie ist es denn eigentlich mit dem wechsel von den drei arenaleitern müsst ihr trotzdem ich hab keine ahnung ich bin immer noch gespannt ich hab keine ahnung nein underegenslar wird mich ja der typ wieder zu aber dann sind wir fast zu weit ja wenn wir die nächsten trainer schaffen können wir wieder synchronisieren ja juhu wenn wir ihn schaffen ja nein er auch das drittes mal fange ich nicht an tut mir leid müssen wir uns was anderes überlegen dann musst du das nach sechs parts alles fertig einstufen pokémon sechs parts hab's geschafft speedrun ja so erzählen wir mal was es da für ein äh ich hab mal einen dancer robben oh kokowai also psyche oder pflanze ich hoffe beim nächsten gegner finden wir es heraus ja nicht dass der auch nochmal pflanze psycho einsetzt ja nochmal ein kokowai krachengut ich hoffe das macht ihn überhaupt nicht naja wir können schon über 40 leben haben oh ja gerade so ja aber das macht es nicht so gut gleich nochmal rausgehen kurz heilen ach quatsch doch doch ja gut sonnsturm wow ich weiß gar nicht mehr wie ich den synchronisiert hatte auf jeden fall bist du jetzt nächstes dran ja das war jetzt noch mal ein hm das war jetzt noch mal ein hm ja ja 10 leben macht einen großen unterschied und ich brauche die trinke vielleicht noch wer weiß wieso ist denn das ist viel unvorsichtiger geworden frage ich auch mal so so was wirkt denn gegen wasser äääh feuer ooooh wasser ne aah wasser gegen wasser ist doof ne feuer bekämpfung gegen feuer stimmt oh gott bist du bereit weißt du manchmal sagt man doch man soll die andere wange hin halten feuer bekämpft man gegen feuer auge um auge zahn um zahn und dann mal wieder gewalt ist keine lösung ja ja deswegen spielen wir auch pokémon ist richtig wir üben die gewalt ja nicht aus das ist richtig wir werden keine amok pokémon trainer wir werden keine werden keine katze ich werde keine katze mitnehmen und lass die dann gegen eine andere katze los ja das macht man nur mit hühnern und hähnen oder äh hunden oh ja du musst äh genieße das komplette menü der arena von orion city ich bin der zweite gang haha ok na gut dann werden wir jetzt mal gentleman noel oder psycho psycho arena mhm das ist ok würde ich sagen ja es geht ja ja aber wo gibt es uns äh äh entern wir trotzdem nicht wirklich was nein da hat es uns aber ein gutes pokémon gegeben ja ist so geil ging ist so kann ich entern einsetzen die können sich dann beide anstarren und bitch slapen ist so ist so kratzer wobei wenn wenn die die gott dann mach doch äh aqua knarren ja mach ich dem definitiv jetzt und von esso könnte die verteidigung höher sein als die spezielle verteidigung hoffen ja passt ähm können wir eh nicht ändern jetzt ja bin immer noch gespannt ob die arena leiter tatschen dann ein anderes element haben hm 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 ja ja wir dürfen wieder endlich mitfiebern ja dem wir doch herausgefunden haben dass die routen irgendwie nach thema sortiert sind zumindest ein bisschen ja das erste war käfer das zweite war drache so äh ich muss niemanden heilen ich nehme mal mit das penance er ist das so jetzt will ich einfach nur aber wir sind weiter als vorher ja das stimmt dann fang ich mal an oder ja genau mach das willkommen in der pokemon arena von orion city ich bin der feurige mike der dir mit seinen feuer pokemon einheizt das werden wir noch sehen wasser ist mein element kolle der name sehr freund und ich bin benny mein herz schlägt für pflanzen pokémon bum 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 also du fragst dich bestimmt was der auftritt zu dritt soll lass mich das erklären je nachdem welches pokémon unser gegner am anfang gewählt hat entscheiden wir abhängig vom typ wer von uns dreien antritt ja so ist das und dein erstes pokémon war offensichtlich vom typ pflanze offensichtlich das wäre dann ja geklärt ich mike bin also dein gegner gleich wird's brenzlig für dich schnack schnack auch ich kann nicht ich muss gar nicht gegen dich kämpfen ich hab den noch nie von hinten gesehen das können wir nachher ausprobieren ja ich bin mit abstand der stärkste von uns dreien du kannst dich ruhig geerd fühlen ich kann mich geerdet fühlen Malcolm ist ein wahrer name ja und was ist er denn Er ist ein Ast-Trainer, merker. Der hat keine Psycho. Ne, dann ist es ja doch anders. Cool. Ja, aber es liegt daran, dass die ein Roulette-System haben. Nebulak. Es geht, es geht. Wir haben ja... Drachen. Aha, ein Drachenboot. Und Überreste auch noch. Und Überreste, ach wie schön. Ich fühle mich gut. Na toll. Ach, weiter kämpfen los. Das hat mehr als 40 Leben. Da kann ich eigentlich mal Doppelheber ausprobieren. Ich würde auf Nummer sicher gehen. Wirkt gegen geistlich wenig. Ja. Ja, oder? Ich glaube doch. Mit Nachtara konnte man nämlich damals in Tick City kämpfen. Okay. Sehr effektiv, aber irgendwie... Dann jetzt nutzt Drachenboot und dann machen wir die Sache. Oh, noch besser. Aber... Tichiii, Tichiii... Hier ist es egal. Ebische Musik. Egal, dann kommt man so ein bisschen auf. Ja, das ist auch wieder wahr. Burn, Baby. Das war mit Blatt. Ja! Wir haben den Arenaleiter geschafft! Wow! Okay, ich suche mir nicht vor, dass es noch ein Level abgibt. Ah, fast! Oh, fast! Jetzt ist es aus. Mich hat's erwischt. Wow! Du bist echt stark! Und gemäß den... Statuten? Ah! Statuten der Pokémon-Liga... Ich dachte... Was ist denn das? Na, Duetten? Statuen? Was ist los? Der Pokémon-Liga hältst du jetzt diesen Arena-Orden. Oh, das ist ein schickes Case. Yeah! Haben wir den eingeordnet. Ja, wir haben den Trio-Orden gefunden. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Bist du ein... Besitzt du... Bist du ein Orden? Bist du ein Orden? Befolgen auch im Tausche haltende Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das ist ebenfalls für dich... Was haben wir jetzt bekommen? Kraftschub! Ach ja, das ist das... Die Marken-TM dieser... Arena. Arena, ja. Ach so. Setzt du Kraftschub ein, während dein Angriff und Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Ja, die einzig gute Änderung an der Gen 5. Oh, ja. Und alle folgenden. Natürlich auch das Kampfsystem. In der vierten Generation war das ja abartig langsam. Oh, nein! Oh, nein! Sieh nur, ich habe einen Orden. Du brauchst mich nicht anreden. Hör auf! Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Nein! Ja, wir können jetzt in einer Traumbarke durch... Eine erwachsene Frau nimmt mich mit, um mir etwas über Träume zu erzählen. Und hat ein riesiges Bett bei sich im Zimmer. Ja! So funktioniert das. Äh, jetzt können wir in einer Traumbarke durchfangen. Ach, stimmt. Ich dachte gerade, hä? Das mit dem Traumzeug funktioniert doch gar nicht. Ja! Zurschneiden! Wem bringen wir uns ein Schneiderbrei? Entoron. Brei. Wem bringen wir uns ein Schneiderbrei? Entoron. Waren Entoron? Ich glaube, das ist der Einzige, der das lernen kann. Ne, das können alle drei ja lernen. Ja. Genauso wie, äh... Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben wirklich ihn gar nicht synchronisiert. Stimmt. Aber sie ist auch so unwichtig. Das ganze Team ist unwichtig. X, 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 X.